Hm, springt aus Flugzeugen raus, fliegt wie Vögel. Das ist schon cool. Ich mag das Teil. Das ist echt ein geiles Handy. Also, den haben wir hier. Grant. Und Jason. Das ist Kalifornien. Ja. Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben, weil ihr zwei Weißbrote echt teuer ausseht. Und das ist richtig gut, denn ich mag teure Sachen. Sorry, was sagst du? Was sagst du? Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie dein Freund? Halt jetzt dein Maul! Okay? Ich bin der mit dem Scheißschwanz. Guck mich an. Direkt in die Augen. Ey! Du sag! Guck mir in die Augen! Du gehörst mir! Das ist mein verficktes Reich! Halt dein scheiß Maul! Oder du stirbst. Hm? Jumping out of airplanes. Flying. Like birds. That is crazy. I like this phone. This is a nice fucking phone. So, what do we have here? Grants? Grants? And Jason. From California, huh? Huh? Well, I hope you mama and your papa really, really love you. Because you two white boys, you look very expensive. And that's good, because I like expensive things. I'm sorry, what did you say? What did you say? Did you want me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick! Look at me. Look me in the fucking eye. Ey! You fuck! Look me in the eye! You're my bitch. I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up. Or you die. I'm the one with the other. Grant, you're my bitch. Shit, you're crazy. Oh God, I can't do that, Grant. Jay, 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 come here. I can't find Lisa and Riley and the other without you. Also, do you know the same. Okay? Okay. It's all fine. Well, actually. What? Oh shit. What? Oh shit. Oh Gott, ich kann das nicht machen, Grant. Jay, 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 schau mich an. Ich kann nicht Lisa und Riley und die anderen ohne dich. Also, schau es zusammen. Okay? Okay, ich bin sorry. Aber wirklich, du warst. Ich bin nicht hier gekommen. Ich hab dich am Strand gefunden. Willkommen in der Manaki, Freund. Es ist wunderschön, oder nicht? Selamat, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei mir. Der Mann, der was lebend entkommen konnte. Deine Flucht ist ein Zeichen, dass das Blatt sich wendet. Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten. Also, das ist ein Volk. Die Insel ruft nur die Stärksten. Sie rief mich. Die Inselbewohner, die Rakjad, akzeptieren mich. Und sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Die machen was her, oder nicht? Sehr hübsch. Keine Frage. Wie kam ich hier? Ich habe dich auf der Bühne. Willkommen in der Manaki-Village. Es ist etwas, nicht wahr? Delemat, Tengahari. Ich habe Jason Brody mit mir. Der Mann, der schlussiert die Vast Kampel alive. Der Mann, der schlussiert die Vast Kampel, ist es ein Zeichen, dass die Vast Kampel ist. Die Leute in need of good news. So, these are your people? The island calls to the strongest. They call to me. The island-dwellers, the Rakjad, accepted. And I became a member of their tribe. They are something, aren't they? Beautiful. Most definitely. Gefällt Ihnen was davon? Ich persönlich mag ja die roten. Die lila aussehenden, die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar. Ehrlich. Oh, nicht die gelben. Die bloß nicht. Die können auch töten. Die... Die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens, Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Dennis sagte, sie könnten mir helfen, dass sie einen meiner Freunde hätten. Einen ihrer Freunde? Ich, äh, destilliere später noch eine Ladung. Was? Oh, sie... Sie meinen das Mädchen, Daisy. Oh, sie haben Daisy. Ich dachte, sie benutzen eine Art Code. Sie sehen, was du faszinierst? Ich mag die Räderen selbst. Die Räderen werden dir eine Liste auf eine Grae A. Alles ist gut, wirklich. Oh, nicht die gelben. Sie nehmen sie. Sie sind liable, um dich zu töten. Die... Die Mischung ist noch nicht richtig. Also, das heißt, Dr. Earnhardt hier, oder in and out, as the case may be. Ja, ich bin Jason. Dennis sagte, dass du kannst mir helfen, dass du einen meiner Freunde gefunden hast. Einen von deinen Freunde? Oh, du konntest fliehen. Das macht mich glücklich. Der Doktor ist echt ein Freak. Ach, der. Ist harmlos. Sogar echt nett, eigentlich. Er hat mich hergetragen. Ich bin aus dem Konvoi geflohen. Dann wurde ich ohnmächtig. Der Doktor hat mich gerettet. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Das war echt hart hier. Jason, was ist? Grant, er... Hör auf! Daisy! Nein! Es tut mir so leid. Das war's dann. Das war's dann. Jason. Der Doktor saved mich. Ich bin glücklich, dass du es geschafft hast. Ich bin glücklich, dass du es geschafft hast. Ich bin glücklich, dass du es geschafft hast. Jason, was ist wrong? Grant, er... Ich bin glücklich, dass du es geschafft hast. Daisy. No. Ich bin so, so sorry. So, so that's it? composer. Jose, Couldn't you. Untertitelung des ZDF, 2020